Es ist mir, Maaaaaaaaaaaaaaa So auf jeden Fall nicht Ob wir hier tatsächlich Ähhhh Noch Nein Toad, ich will nicht mit dir reden Also so gar nicht gerade Ob wir, wow, Maa Okay Wir gehen wieder Darf ich wieder rein? Dankeschön So Ob wir nicht hier tatsächlich noch Eieiei, okay, pass auf Ganz, nein Okay, ganz langsam, ganz Langsam, nicht langsam Okay, wir gehen nach Bob on Battlefield Ganz offensichtlich, oder auch nicht Das ist auch vollkommen okay So, äh Ich kann nicht springen, aber das ist gar kein Problem Ich möchte hier eh nur durch die Tür gehen Und Dann Hm, vielleicht ist es doch ein Problem Nicht springen zu können, Moment Äh, ne, reicht nicht Okay, dann warten wir halt Mhahaha Mhahaha Mario, die fette Sau, kann nicht springen Okay, das war gemein Okay Darf ich jetzt? Nein? Na gut Huch, das wollte ich gar nicht Nee Mario, was tust du? Warum bleibst du kleben? Ah, dankeschön So, was haben wir denn hier noch so ein bisschen? Can the eel come out play? Äh... Oh Gott, schon wieder dieser Musik-Bug. Dieser unfassbar gruselige Musik-Bug. Hm, es würde mir sehr helfen, wenn ich sehen könnte, wo ich hinschwimme. Ich weiß, glaube ich, noch, was ich tun muss. Ah, hervorragend. Schon viel besser. Ähm. Ähm. Okay. Äh. Funktioniert das jetzt noch? Oh Gott, diese Musik wieder, ne? Whee! Oh, Moment. Ha, nehmen wir doch einfach den da. Dankeschön. Zwar nicht ganz der richtige Stern, aber hey. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Dankeschön, Stern Nummer 7. Boah, wir können bald die Bowser-Tür öffnen. Krass. Da freue ich mich schon total drauf. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht darf ich jetzt sogar schwimmen? Nee, immer noch kein Wasser hier. Okay, gut. Dann versuche ich es ohne. Habe ich jetzt auch kein Riesenproblem mit unbedingt. Außer, ich verliere wieder Lebensenergie. Dann hab... Oh, nein. Ah, warum geht das jetzt schon wieder los? Wir haben so einen schönen Anfang gemacht. So einen schönen Anfang. Gleich wieder am Anfang einen Stern geholt. Ne? Äh. Manchmal sind die Bugs auch einfach hilfreich. Muss man ja einfach mal dazu sagen. Also, was heißt Bugs? Die Cheats. Aber... Ja. Äh. Äh. Gib mir mein Bild zurück. Gib mir mein Bild zurück. Oh, nein. Nee. Okay. Nein? Immer noch nicht? Gut. Mhm. Mhm. Kein Problem. Ich kann auch ohne. Ja, gar kein Problem. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Ah. Da bin ich. So, und jetzt verliere ich wieder Lebensenergie aus irgendwelchen Gründen. Äh. Hm. Das lief ja super. Okay. 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 Ich bin übrigens immer noch der... Mh. Wow. Cool. Ähm. Ich bin übrigens immer noch der festen Überzeugung, dass es durchaus auch, äh, nervig genug gewesen wäre, ohne den Man-verliert-ständig-Lebensenergie-Cheat. Muss ich mal so sagen. So, das Problem ist jetzt, ich kann mal wieder nicht springen. Äh. Aber na gut. Bisher, muss ich sagen, war diese Stage relativ ergiebig. Schauen wir mal, ob sich das so weiter zieht. Wir sind wieder das Schild. Okay. Schwimmen wir? Nein, wir schwimmen nicht. Okay. Muss ich wissen, bevor ich hier wieder in meinen Tod springe. Wir können auch einfach versuchen, die roten Münzen zu sammeln. Aber ich glaube nicht, dass die alle hier in dem Gebiet waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, da müsste ich noch ein Gebiet weitergehen. Hm. Wiii. Okay. So. Wo war denn... Na, hätte ich jetzt einen... Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Hm. Hätte ich einen Moonjump, würde das sogar wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Äh. Äh. Komm schon. Okay, nice. Wir können die Schatzkisten vielleicht machen. Das kriegen wir vielleicht hin. Also, wenn hier... Wenn hier... Ich kann wieder nicht springen. Och. Komm schon. Wirklich. Oh. Moment. Vielleicht kann ich es lang genug rauszögern. Komm schon, Mario. Spring! Spring! Ich weiß, du bist dein Schild und du hast keine Beine. Aber bitte springen! Äh. Wie war das nochmal? Hinten, links, rechts und dann vorne oder so? Dürfte ich bitte springen! Nein. Okay. Darf ich jetzt springen? Nein. Was ist eigentlich hier? Oh. War das gut? War das gut? War das schlecht? Das war schlecht, oder? Das war schlecht. Nee, es war gut. Okay. Und ich kann wieder springen. Okay. Äh. Ähm. Die Schatzkisten aktivieren sich nicht. Ähm. Nein. Ich habe schon wieder mit dem unsichtbaren Ding gesprochen. Das alles kaputt macht. Hm. Ich kann aber auch nicht. Doch, ich kann die Stage-Banden. Hervorragend. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Äh. 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 Dankeschön. Äh. Er hat leichte Beschleunigungsprobleme heute. Äh. Äh. Aber das könnten wir, glaube ich, noch hinkriegen. Selbst, selbst wenn man kein Wasser hier bekommt. Das braucht man ja nicht. Aber ich glaube, das Wasser ist jetzt wieder da, ne? Okay. Soll mir auch recht sein. Dann kann ich wenigstens meine Lebensenergie wiederherstellen. Ich kann nicht gerade ausschwimmen. Okay. Ähm. Kann ich tauchen? Nee. Kann ich wieder unter Wasser schlagen? Mich so vorwärts bewegen? Minimal. Ich würde gerne einfach gerade ausschwimmen, wenn das eine Möglichkeit wäre. Dankeschön. Nee. Ah. Jetzt. So halb. Irgendwie. Oh Gott. Diese Musik. Wenn ich da nur irgendwie rüber käme. Musste ich da nicht irgendwas an diesen Säulen machen? War da nicht was? Ich glaube, da konnte man sich ranschießen. Aber ich bin mir gerade, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob ich die Kanone überhaupt benutzen kann. Okay. Schwimm, Mario. Schwimm, wie du noch nie zuvor geschwommen bist. Ich weiß, das klingt im Moment wie die absolute Hölle im Hintergrund. Aber du musst durchhalten, Mario. Wir schaffen das. Gemeinsam. Komm schon. Nein. So schaffen wir das natürlich nicht. Na gut. Warten wir halt kurz. Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, können wir jetzt... Bitte, Aua, zu diesen blöden Schatzkisten. Vielleicht... Mario, brich dir doch nicht das Genick beim Rennen. Okay, okay. Puff, puff. Puff. Da hinten sind ein paar Münzen. Nehmen wir mal ein paar mit. Nur zur Sicherheit. Okay. Okay. So. Nein. Aha. Okay. Eins. Komm schon. Zwei. Komm schon. Beweg dich. Du schaffst es. Drei. Neun. Nicht so schnell. Oh, im Himmels Willen, Mario. Okay. Komm schon. Eine Kiste noch. Eine Kiste. Das schaff... Da. Okay. Das schaffst du. Ganz langsam. Langsam. Aber bestimmt. Ha. Nice. Stern Nummer 2. Ihr wisst, was das heißt, Guys. Wir können Bowser besuchen gehen. Yay. Das kann nur gut werden. Wow, Mario. Holy shit, dein Kopf. Okay. Das sieht alles äußerst ungesund hier aus. Okay. Na dann. Abgang. Hurra. Schauen wir mal, wie oft wir die Animation sehen dürfen. Wow, Mario, dein Kopf. Mario. Mario. Oh. Oh. Okay. Ah, ich darf rein. Na gut, von mir aus. Echt? Äh, okay. Ich geh wieder raus. Nein. Ich möchte da gerne drin bleiben. Dankeschön. Okay. Das Spiel sieht das komplett anders. Aber ich würde schon gerne da rein. Dankeschön. Na bitte. Nee. Na gut. Irgendwann werden wir da reinkommen. Und es wird ein glorreicher Moment werden. Bowser wird sich jetzt wahrscheinlich sein Teil auch schon denken. Aber das ist mir scheißegal. Ähm. Hm. Wo ist die? Was zur Hölle? Okay, speichern wir halt nochmal. So. Ich. Komm schon. Mario. Mario. Dürfte. Ah. Hallo. So. Das war nicht ganz die Tür, aus der ich kommen sollte. Aber das ist mir gerade mal vollkommen egal. So. Pff. Er geht einfach wieder raus. Okay. So. Jetzt sind wir drin. Na bitte. Okay. Jetzt müssen wir nur noch. Nur noch. Hervorragend. Hervorragend. Nein. Das ist. Das ist nicht die Bowser Stage. Das ist definitiv nicht die Bowser Stage. Probieren wir es nochmal. Du wirst es schon noch schaffen, Mario. Ich glaube an dich. Irgendwann. Irgendwann. Wirst du. Äh. Äh. Okay. So. Abgang. Dankeschön. Da sind wir richtig. So. Jetzt kann ja quasi nichts mehr schief gehen. Wir müssen nur noch an einem Stück hier durchkommen. An einem. Och. Stück. Das lief doch schon. Ganz prima. Okay. Versuch Nummer zwei. Hallo. Na wenigstens kommen so alle roten Münzen zu mir oder so. Und alle Plattformen. Also wirklich alle Plattformen. Hört das auch irgendwann wieder auf? Nee. Okay. Boah. Was cool gewesen wäre, wenn, wer, wenn Bowsers Röhre da auch noch angeflogen kommt. Das wäre geil. Muss ich nämlich einfach nur warten. Ich brenne. Okay. So. Äh. Oh. Ich bin auf der Plattform. Äh. Weeeee. Okay. Können wir bitte die Stage auf mehr oder weniger normale Art und Weise spielen? Nein. Okay. Fein. Von mir aus. Ich brenne schon wieder. Nein. 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 Aber es scheint sich jetzt alles normalisiert zu haben. Also. Das ist so normal, wie es halt möglich ist. Ich kann nicht springen. Aber das macht nichts. Brauche ich auch gar nicht. Zumindest sind jetzt die ganzen Flammen weg. Die Plattformen zwar sehr wahrscheinlich... Wow. Kamera. Die Plattformen zwar sehr wahrscheinlich auch. Aber das macht ja nichts. Ähm. Das sieht... Das sieht definitiv richtig aus. Das sieht alles sowas von richtig aus. Äh. Ich kann wieder springen. Das ist schön. Allerdings kann ich nicht im geringsten irgendwie gerade gezielt springen. weil die Kamera mal wieder auf dem Kopf steht. Äh. Wow. Mario. Wo springst du hin? Hahahaha. Äh. Mama Mia. Okay. Okay. Kein Problem. Oh. Wow. Diese Musik. Kann das... Meine Steuerung ist auch noch komplett umgedreht jetzt. Wow. Äh. Alter. Da kriegt man ja Albträume von. So. Oh Gott. So. Okay. Aber das kriegen wir hin. Wir sind auf dem letzten Leben. Das kriegen wir hin. Ich glaub an mich. So ein bisschen. Äh. Okay. Komm. Gib mir das X-to-Life. Dankeschön. Gib mir die Münzen. Dankeschön. Ich brauch auch gar keine richtige Kamera oder so. Ich kann das vollkommen ohne ordentliche Kamera machen. Nein. Nein. Musik. Kamera. Spiel. Ah. Nein. Okay. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ich hab alles im Griff. Meine Lebensenergie hat sich wieder normalisiert. Die Platt... Was? Das sind... Das ist nicht das, was diese Plattformen tun sollten. Okay. Aber von mir aus. Ist halt ein bisschen... Ist halt der... Nein! Hard Mode der Stage, wollte ich sagen. Ich hab wieder den Abprall-Bug gehabt. Wow. Mario. Wo bist du hingerutscht? Komm mal zurück. Äh. Okay. Nice. So. Ich darf mich wieder normal bewegen. Mehr oder weniger. Ah. Das war nicht... Guuuut. Das war dumm. Game over. Wirklich. Ja. Meinst du... Meinst du wirklich, Mario? Dass das Game over war? Ja? Warum ist dir das Schild auf zehnfache Größe gerade gewachsen? Ich weiß es nicht. Mir egal. Mir macht Schluss für diese Folge. Ich hoffe, dass es mir heute gefallen hat. Falls ja bedenkt, könnt ihr gut bewerten. Beim nächsten Mal... Hau mal Bowser kaputt oder so. Äh. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.